Hallo ihr Lieben, was geht ab? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid entspannt. Ich hoffe, ihr seid geschmeidig drauf. Wir spielen ein Rank-Game. Das ist ein Diamond Rank-Game und ich spiele Morgana. Ein Champion, mit dem ich die höchste Win-Rate, glaube ich, überhaupt auf Support jemals in meinem gesamten Leben hatte. Ich habe innerhalb der letzten zehn Jahre viele Supporter gespielt. Bart, Fiddle, Alistair, Morgana, Nami. Aber ich glaube, es gibt kein Champion, nicht mal Bart, der bei mir an die Win-Rate von Morgana rankommt. Ich selbst hatte auch eine Zeit, da meinte ich, Morgana ist Crap, Morgana, I don't know. Aber gut gespielte Morganas haben es übel in sich und das ist meine Aufgabe, euch das jetzt hier zu beweisen. Ich habe einfach nur mal kurz den Ward platziert, um auch so ein bisschen Sicherheit zu haben, was abgeht. Ich habe an meinem Kuh noch nicht mal geskillt gehabt. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir helfen hier Rengar oder wir versuchen hier mit einem Sneaky Kuh, was schon fast 100 Schaden auf Level 1 macht, den gegen den Blubuff zu klauen. Ich glaube aber, hier ist gewalt. Ich glaube aber, dass Nocturne oben startet, ne? Ich glaube, Nocturne startet oben. Das heißt, auf Level 1 gelegt nicht die Kuh, sondern die W. Das Gute ist, sowohl Jhin als auch Seraphine haben beide keinen Dash und sind somit extrem gut holbar. Entweder mit, ne? Entweder mit Ash-Error oder mit Binding. Also das wird sehr schwer für die Gegner hier. Oh, Rengar mit den Plays. Fast schon zu früh ready. Jumpt hier rüber. Kostet ihn allerdings den Early Ward. Zack! Komet fliegt. Bisschen Poke ist da. Ash macht mit. Ja, eklig, dass die Granate hier durchgeht. Wow! Hat die Ash gut kassiert. Ich kriege hier vielleicht einen Auto-Attack rein. Ja, 20 Gold. Jetzt heißt es hier auch so ein bisschen... Okay. Jetzt heißt es hier kurz Level 2 pushen vor dem. Es ist möglich. Es ist möglich. Es ist möglich. Oh, der Sidestep von ihr. Nicht schlecht. Jetzt muss ich bis auf meine Mana achten, ne? Schade, dass wir da hier nicht... ...dieses Beinig nicht getroffen haben. Sehr ausgeglichen. Sehr ausgeglichen bis jetzt. Ähm, schwierig hier actually Pressure drauf zu bringen. Ich muss trotzdem meinen Boden immer wieder reinhauen, einfach um auch das Gold von dem Support-Item zu bekommen. Aber Seraphine steht mir gerade nichts nach. Also... Mach den doch für, Ash! Mach den doch für, dann geht das Binding auch durch. Sie hat sich extrem weit zurückgezogen und anschließend pingt sie Fragezeichen. Das ist immer krass, ne? Wie schnell die Leute Fragezeichen pingen. Wahnsinn. Okay, ich hab mein E. Die E ist gut gegen Seraphine-Ul. Aber... Ja, Nocturne hat hier angefangen, dem Entspurt. Nocturne ist safe hier irgendwo, ne? Kann man hier was reißen? War das Worf? Ich denke, für den Fist war's Worf. Ränge wird's ein bisschen ärgern. Ähm, Bot-Lane hat ein bisschen eingeboost, aber... Ja, ich glaub... Ich glaub, das wär fein. Also mir tut's auf jeden Fall sehr gut. Ash... Ash ist ein bisschen los. Ränge kann eigentlich nach dem Camp kommen, doch. Vielleicht noch ein... Geil. Okay, Shutdown top. Wir müssen eigentlich noch ne Wave hier noch machen. Ich maxe meine Kuh. Ist auch risky hier rein. Okay, bisschen Sicherheit. Wir wissen, was abgeht. Und nach der Wave... Gehen wir back. Im besten Fall gibt's hier keinen Freeze. Es kann sein, dass Seraphine hier irgendwo noch versucht. Kommen die Minions bis hier? Okay. Äh... Boots zum Early Roam sind gar nicht so schlecht. Ich glaub, ich mach den... Ich zieh das einfach durch, was ich grad schon in der Mitte gemacht habe. Das ist ein Rank Game, also nix mit Normal, sondern... Wir wollen auch den Win. Wir wollen die LP. Ganz klar. Okay, Fizz fängt an, Mitte eklig zu werden. Könnten die Draken? Leider noch kein Ward am Start. Okay, dann geh ich Bot. Pusht langsam wieder gegen uns. Ist hier ein Pinkwood drin? Muss ich über die Wand flashen? Autsch. Guter Ward von Ash. Nur hinten in die Minions rein. Schade. Nice try though. Ganz entspannt. Aber sie will mich. Holy shit. Okay, der Jinn, ich weiß jetzt, wo der Jinn ist. Das ist der einzige, der mir gefährlich sein kann. Nehm ich mit. Yes, Baby, die Pings. Und dadurch, dass wir... Early den Fizz... ...so krass supported haben, war der Fizz jetzt deutlich stärker als Galio. Und konnte hier auch mit... Okay, I'll take that. Kannst dann gucken, ob hier noch ein Pinkwood oder so defensiv steht. Nein, nein. Ich selber hab mein Ward-Item ready. Und zack! 0-0-4. Ich sag's dir, ich weiß nicht warum. Wenn ich Morgana spiele... Klingt doof, aber ich gewinne alles, gefühlt. Ich selber spiele sie mit Imperial Mandar. Manche bauen sie mit Liandris. Das ist natürlich teurer. Ich spiele sie nur mit Imperial Mandar. Ganz entspannt. Man kann auch Shuregas spielen. Venga selbst ist 7. Ash Arrow? Das ist jetzt die Frage. Okay, sie lassen ab. Ich hätte's vielleicht versucht, actually. So, Dustin. Ich muss sagen, ich hätte's versucht mit dem Ash Arrow. Weil der Kodon... Na, wobei. Okay, irgendwer hoopt draußen. Das Ding ist, wenn Nocturne jetzt kommt, ist es ugly, weil ich hab kein Flash, right? Okay, nicht bei uns. Sehr gut. Das ist mit Mitte. Mitte Slow. Mitte Super-Gepäck, ne? Muss man. Ash? Gar kein Damage, oder was? Leih. Alles ist gegeben dafür. Kannst du blocken, Ash? Okay, danke. Ich würde sagen... ...dass wir da den Link nicht bekommen, ist schon... Okay, bisschen Gold geht immer. Dann gehen wir jetzt weg, schade. Man muss auch sagen, meine Ignite wurde gut gecounted von... Also, ich hab in dem Moment, wo ich... ...mein zweiter Ult plus meinen Ignite... ...wurde gut geclenzt von ihm, ne? Und ich weiß nicht... ...wo... ...ich weiß nicht, wo Ash war. Ich weiß es nicht. Wurde sie von Seraphine vielleicht... ...geroutet? Weil Seraphine-Ult kam erst hier am Ende. Das... Ich weiß nicht... ...wo die Ash war. Die muss von Seraphine vielleicht geroutet worden sein, dass sie nicht kam. Ich weiß es nicht. Aber... Oh mein Gott, vom Farm her ist die Ash... ...nicht so gut. Also, ist mein Gefühl doch irgendwo richtig, dass die Ash... ...nicht ganz so die Carrypants momentan anhat. Aber mich direkt pingen so am Anfang des Spiels. Das wird mir nicht alles... ...äh... ...für noch mal 20 Gold. Je nachdem gehe ich roamen. Ich muss sagen, irgendwie... ...je nachdem gehe ich roamen. Ich muss sagen, irgendwie... Das ist inf各isch... ...un hopefully ... ...nicht Otter und Second Optionen. mh... My bad... Ich hab' nicht drauf geachtet, wo der Gallius ist. Der Fiss hat hier dreimal gepinkt, dass es in der Mitte fehlt. Ich habe mich auch ein bisschen sicher gefühlt, weil genau hier der Rengar war. Der Rengar war hier und hat gerecoilt. Und dann genau in dem Moment, als ich Nocton Galio gesehen habe, ist sein Recall durchgegangen. Dann war er plötzlich hier. Und der Ashe hat dann auch nur noch gesagt, okay, ich drehe um. Stark gespielt zusammen. Denkt an die Nocton. Okay. What? Haben sie es gar nicht gesehen, dass da drei Leute kamen? I will not forsake the land that chased me. More than a state. Schade, wenn er für das weiterchastet habe ich Vision und kann mein Binding noch setzen, aber ich glaube, der hat selber Cooldons. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Esch? Okay, CC ist noch drauf, daraus kriegt 1, daraus kriegt 2, ne? Okay. Wir opfern uns, wir traden aber insgesamt nur 2-2, wenn die nicht noch weiter gehen. Fiesta ist ausgebrochen, die Top-Lane haben sich verabschiedet und jetzt wird, ah, der Jhin ist einfach echt gut, 4-0, dafür haben wir den Super Fizz am Start, Imperial Mandat, deswegen mag ich Imperial Mandat, weil es relativ günstig ist und in dieser Fiesta wird auch mein Sonja's gut tun. Wir gehen kurz an die Kante, am besten man stellt sich eigentlich immer beim Shoppen an die Kante, damit man nochmal ein bisschen Zeit gut macht, jetzt wird's spannend. Das Camille dadurch wieder Gold wert, yes! Dann hab ich gedacht, das ist ja ein Doppelt-Worth, also ich behaupte nur Supports und die Camille hat wirklich All-End, um mich hier zu kriegen und ist jetzt dafür wieder volles Gold bin. Einfach alles reingehauen. Yo! We got this, we got this, da ist, da ist, da ist, da ist, da ist, da ist es ein Doppelt-Worth. Und jetzt ist Ares-Time. Elf Supports, zwei Tore, da kann die Seraphine fast mithalten. Auch nur zwei Tore, aber fünf Supports. Ah, okay, er macht's mit dem Smile, um keine Zeit zu verlieren. Ich hab ihn das ein bisschen kredenzt, quasi vorbereitet. Da ist er keine Mana, also wird er hier wahrscheinlich auch zurückgehen. Dann kümmern wir uns weiter ums Boarden. Jetzt sieht's wie aus, dass wir in die Mitte müssten. Machen wir das mal. Immer diese Nocturne-Ult und du weißt nicht, wo was ist, aber sobald du verbündeten siehst, einfach Black Shield. Alle Recalln hier, Fisk kommt Solo, gut, klar, Gallius auch. Gallius auch wieder neues Gold wert, eigentlich sieht's sehr gut für uns aus. Sowohl Camille als auch Gallius sind beide sehr behind, sind aber volles Gold wert. Ich kann mich hier ein bisschen austoben. Kriegt man hier scheinbar kein Wort. Wahrscheinlich hier noch. Ich weiß nicht, dass ich meine Wände ausbrechen würde, wenn sie stärker fühlen würden. Das ist einem zusammengef gegangen, ganz gut. Höch... Es hat sich nichts dafür verbrechen, wir haben noch ein paar Sachen. Ha! Ash-Ult-Renga-Ult! Alles drauf da! Und ja, volles Gold für Camille, es ist sehr leicht, sich hier hochzufarmen gerade, währenddessen kann er sich hier einfach pushen. Black Shield ist auch super effektiv hier gegen hier. Ich glaube, ich habe irgendwas gehittet, aber ich sehe nichts. Das Binding! It's Morgana-Time, es ist einfach Morgana-Time. Oh, Jenny könnte wehtun? Ja. Das Ding ist, Morgana ist zwar als Champ an sich nicht das Allerspaßeste, aber einfach ultra solide. Wollen wir hier noch einen Push machen? Black Shield, jetzt ist es kurz weg. Hm, die ganzen Djinn-Plants, Manni. Jetzt geht's auf mich einfach, ne? Ja, wo mein? Ich wollt unbedingt das Black Shield auf Fizz geben. Dann sind sie einfach auf mich gegangen, aber... Naja. Das nenne ich Rank-Game, einfach mal Morgana rausgebratzt. Ich war bei 18 Kills beteiligt. Tatsächlich hat der Darus mich noch mit 19 getoppt. Also Top-Ding-Resurs ist groß. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Ist es noch der Drake? Das ist die Frage. Blue Waff wird auch mitgenommen. sechs stelle ich mir soll jetzt in solomon macht 2300 mein gott wir gehen in die base und können saison jetzt kaufen ein traum das morgana ich baue immer mandat stundenglas und danach ist eigentlich egal ihr könnt eine redemption bauen oder ich persönlich baue mal banshees weil dann haben wir einmal den ap plus schild und anti ad plus den sonjas effekt dann seid ihr auf der sicheren seite wie gesagt ansonsten sehe ich noch danach höchstens redemption ist auch ganz geil als ich der fiss überschätzt er hatte auch gut nachgelassen dafür dass er wie drei kids und die hatte jetzt so mächtig ich habe mir gedacht dass hier ein pinguot ist chemie 19 das ding ist man kann chemie jetzt auch nicht bleiben was wir auch machen gegen so ein davis ich bin echt nur reingegangen weil er von hier kam ich von hier er von hier vielleicht wusste nicht dass ich so das ist man dieses ding er wusste ich dass ich schon das aber ich glaube wir hätten 2w5 machen können die gegner hatten alles raus jenna offensiv geflasht und da wenn er in meine richtung wäre hätten die gegner sich auch anders positionieren können dafür dass er direkt abgehauen ist haben sie mich einfach im kreis und easy gekillt anti heal nein 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 ja gegen seraphine brauchen schon anti heal ne ach dann ist das das nächste item nach dem sonjas das habe ich vergessen und es ist entweder ihr braucht das oder das da weiß ich gar nicht welches cool ist Ability haste ja auf jeden fall das für den support Morgana bild auf jeden fall was mit dem fiss los frage ich mich gerade ob wir es brauen oder nicht brauen jetzt macht nariz plötzlich doch alleine gg ok 31 15 22 minuten game 2 3 16 morgana ja wir haben noch 12 sekunden bis jim lebt jetzt haben sie surrendert mal schnell die vision score ausbauen ich hoffe es hat euch gefallen mal wieder ein rank game zu sehen und es ist wirklich easy mit Morgana zu try haben es ist wirklich easy mit Morgana zu try haben aber man muss eben auch spaß an so einem stumpfen champion haben aber ich habe damals als ich um die 1 master war vor mehreren jahren als ich mit bubbler beziehungsweise hans hoffing gespielt habe habe ich ganz viel Morgana gespielt wir ehren ja wir müssen den Darius ehren was wollen wir machen ne es ist definitiv ein Darius ohne plus 10 punkte damage Darius yes danke für eure zeit bleibt geschmeidig ich wünsche euch ein geiles wochenende Daumen nicht vergessen und bis zum nächsten mal haut rein